hallo und herzlich willkommen auf PongKunBlog im Spiel heute ein ganz ganz tolles Spiel und zwar Handle with Care heißt so viel wie aufpassen auf die Scheiße die du trägst genau und das spielen wir heute und es ist ein Game bei Nick Zangus und Zapaka keine Ahnung ah ok also wir haben die größte Anzahl an Relikten in einem einzigen Raum das kann ja nur gut gehen ja danke Herr Direktor Go so wir sind dieser ultra freshe Hipster also noch mehr kann man nicht ausnehmen wie Hipster oh wir haben wir haben schon genommen ne Vase wo muss die hin die aber ich schätze mal oder unaufällige rote Pfeil anzeigen die ist können sich wenigstens bemühen ein bisschen weniger um zu wackeln das läuft besser als gedacht uh das war knapp ja wenn wenn er so läuft dann wie soll ich dadurch kommen okay schnell sie ist nicht kaputt sie ist kaputt gehen wir durch die Mitte oder außen rum oh Gott ich glaube sind da auf den Tellern darf Darth Vader und Yoda drauf dieses Spiel entwickelt gerade seine gewissen Vorzüge nein ich hab die die Darth Vader und Yoda Teller kaputt gemacht Gott verzeih mir das ist einfach wirklich Darth Vader und Yoda ich glaub's nicht und das ist darauf ich hab bisschen was kaputt gemacht ähm ah wir haben es geschafft äh Bestcore 250 okay ähm ja das war das Spiel Handle with Care in dem es darum geht einfach Sachen kaputt zu machen von unserem Super Hipster äh ich hoffe das kleine kurze Video hat euch gefallen äh schaut auch mal auf meinen Twitch Kanal vorbei oder auf meinem Instagram Kanal wenn ihr immer neueste Updates von meinem heftigen Leben wissen wollt ja dann hoffe ich hat es euch gefallen und ciao Gila 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 gila